Keine Sorge, Commissioner. Diskret, taktvoll und Würde sind meine zweiten Namen. Sie sind Polizisten, oder? Können wir Ihnen helfen? Ich hasse das. Was ist das da? Ich hoffe, Inspektor, dass Sie sich nicht ausschließlich auf eine Gabel konzentrieren. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Nein. Ich kauf eine Zigarre. Sir. Wir haben eine Leiche. Jetzt untersuchen wir einen Mord. Einen Mord? Man kommt nur hier durch rein. Wie ging der Täter dann vor? Wir wissen, was passiert ist. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Erfolgreiche Geschäftsfrau mit einem eigenen Unternehmen. Wo Geld ist, da ist doch ein Motiv. Hallo, Sohn. Was suchst du hier? Ich finde nur, er hat meine Einsicht und Gutmütigkeit nicht verdient. Du verlässt uns? Sie wollen wissen, ob ich auf meinen Platz zurückgreifen will. Und bis wann sollst du dich entscheiden? Bis morgen.